Also ich habe schon immer gesagt, auch wenn wir verloren haben und ich gute Stats hatte oder wenn wir gewonnen haben und ich schlechte Stats hatte, es geht darum, dass wir gewinnen, dass wir erfolgreich sind. Das haben wir nicht geschafft. Insofern ist mir das ehrlich gesagt wirklich egal. Wirklich? Ich wusste schon immer, dass ich gut bin. Ihr wusstet es nur nicht. Mir geht es nur darum, mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Das ist, was mich antreibt. Absolut. Jetzt haben sich Spieler hervorgetan, die sich bis jetzt im Turnierverlauf noch nicht so hervortun konnten und wirklich auf einem sehr hohen Niveau exzellent gespielt. Also es war sehr gut. Das ist die erste Europameisterschaft für acht Spieler und auf jeden Fall sind sie jetzt um eine Erfahrung reicher.